Tag 706. Unten links seht ihr meine aktuellen Einnahmen vom Dezember. Gestern gab es keine Verkäufe auf dem japanischen Marktplatz, keine Verkäufe auf dem spanischen Marktplatz. Allerdings ein Verkauf auf dem italienischen Marktplatz, Frankreich wiederum keiner. Und auf dem UK Marktplatz auch ein Verkauf. Auf dem deutschen Marktplatz waren es gestern 14 Verkäufe. Ist erstmal eine Steigerung zum 5. Dezember, das ist schon mal ganz gut. Aber ich hatte damit deutlich mehr gerechnet am Anfang des Tages, weil ich schon so gegen 14 Uhr 9 Verkäufe hatte. Und normalerweise zieht es bei mir dann immer so um 18, 19 Uhr nochmal richtig an. Das war aber gestern irgendwie gar nicht der Fall. Und es gibt ja jetzt auch auf dem deutschen Marktplatz auf alle T-Shirts 10%. Ich weiß nicht genau, seit wann das so ist, aber ich hoffe mal, dass dadurch jetzt heute die Verkäufe noch ein Stück besser werden. Letztes Jahr hatte ich am 6.10 Verkäufe, also hier eine Steigerung. Und dann kommen wir jetzt zu meinem besten Marktplatz, dem US-Marktplatz. Hier waren es gestern 45 Verkäufe. Da kam jetzt noch ein Verkauf auf dem deutschen Marktplatz gerade rein. Auf jeden Fall hier 45 Verkäufe, leichter Rückgang zum Montag. Bis 23 Uhr sah es sogar gestern hier eigentlich besser aus im Vergleich zu dem Tag. Aber dann hat es irgendwie nicht mehr so angezogen. Dafür war gestern aber sehr, sehr stark mein bestes T-Shirt. Hat sich hier 11 Mal gestern verkauft. Also verkauft sich jetzt auch immer mehr. Bin ich sehr gespannt, wo das noch hingeht. Und im Vergleich zum letzten Jahr hatte ich hier am 6.9 Verkäufe. Also auch hier ein sehr, sehr ordentlicher Anstieg. Insgesamt waren es gestern jetzt 58 Verkäufe, wovon schon drei Returns abgezogen sind. Mit 32,34 Euro und 34 Cent in Einnahmen. 95 Euro und 47 Cent für die Werbung ausgegeben. Werbung auf dem deutschen Marktplatz lief jetzt hier mal ganz gut wieder. Dafür aber jetzt US-Markt leicht unprofitabel. Die 58 Verkäufe kamen von 36 Designs. Und gestern haben sich neun Produkte das erste Mal verkauft. Dann will ich euch nochmal kurz was zeigen. Und zwar habe ich mich gestern gefragt, wie ich überhaupt an die Verkäufe vom November rankommen soll. Weil bisher sieht es natürlich gut aus. Aber im December sind ja auch nur, sagen wir mal, 18 Tage sehr, sehr gut. Danach kann man eigentlich vergessen. Deswegen habe ich das Ganze mal kurz durchgerechnet. Letztes Jahr hatte ich nämlich vom 1. bis 6. Dezember, also 6. Dezember eingeschlossen, 25% meiner Verkäufe und erst danach die restlichen 75%. Also da kommt noch ordentlich was jetzt im Normalfall. Ich habe das mal mit meinen Verkäufen jetzt hochgerechnet. Da würde ich dann, wenn es verhältnismäßig gleichlaufen würde wie letztes Jahr, auf 1300 Verkäufe noch kommen. Damit wäre ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Also nur mal kurz zwischendurch. Die meisten Verkäufe liegen noch vor uns, um euch so ein bisschen zu motivieren. Mit Returns waren es dann 61 Verkäufe. Im Vergleich zum letzten Jahr mit 19 Verkäufen ein Anstieg um 221%. Also das Wachstum vom Vortag ungefähr gleich geblieben. Das heißt, wenn das Wachstum auch heute so sein sollte, wären das 80 Verkäufe ungefähr. Mal gucken, ob es so bleibt. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis morgen.